Es war einmal, tief unten im Ozean, eine junge Meerjungfrau namens Ariel. Sie war neugierig und abenteuerlustig und träumte immer von der Welt über dem Meer. Eines Tages sah sie ein Schiff mit einem hübschen Prinzen an Bord. Plötzlich brach ein Sturm aus, und Ariel rettete den Prinzen vor dem Ertrinken. Sie brachte ihn sicher an Land und passte auf ihn auf, Ariel konnte den Prinzen nicht vergessen und wollte bei ihm sein. Also schloss sie einen Pakt mit der Meereshexe und tauschte ihre wunderschöne Stimme gegen Beine. Nun konnte Ariel an Land gehen, aber sie konnte nicht sprechen. Sie verbrachte Zeit mit dem Prinzen, doch er wusste nicht, dass Ariel ihn gerettet hatte, schließlich entdeckte der Prinz Ariels wahre Identität. Ihr Mut und ihre Freundlichkeit eroberten sein Herz, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ariel erfüllte sich ihren Traum, ein Teil der Menschenwelt zu sein. nhau so großartig, bis jetzt du sie damals Almighty blinking. Vielleicht wäre es ein Teil der Flach nicht zu sein, dasselika Katherine auf die Flach neden